so leute ich werde jetzt einfach noch aufs auto rumgehen heute läuft er mal ja ja heute läuft er mal sieht das der blinker blinkt wo die sette ich mir noch mal richtig baggerlust und hinten warum was sieht nichts Da hast du einen Leitergang drin, da passiert ja nix. Musst du nicht viel, reicht, wenn du 5-6 Tausend Drehung machst. Dreht man einfach voll drauf. Achtung Leute, Soundcheck. So, passt, passt. Passt, aber freier. So, das ist der Corsa. Alter, du schießt voll. Na? Na, du musst mal drauf.